Hallo und herzlich willkommen bei Letzorakel FIFA 12 Nein, das hast du nicht mehr gekriegt. Tor! Ja! Ja! Was, Alter? Da habe ich beide umgesetzt, den Ball nach vorne gespielt und dann die gleichen Spieler bekommen und das Tor war. Sehr schön, ja. Die Spielentwicklung war so geil. Also du hast dir richtig Mühe gegeben, den Drummer zu sammeln. Nah! Hardy hat mir zehn Euro geboten, dass ich extra scheiße spiele, damit der dich flaming cockpit N Snail! Nei !!! Hier bin ich zum Nachspitz auf der Saison. Das ist ja wohl ein Scherz. Nein! Oh nein! Du bist so behindert. Ich muss so lachen, ich kann nicht mehr spielen. Das ist taktische Kriegsführung, den Gegner zum Lachen bringt. Alter, die können nicht nur den Ball richtig... Den Ball richtig führen, ey. Du zerstörst mal das angestehende Gegner. Alter! Super gespielter Ball! Jaaa! Nice! 15. Minute, 2 zu 0. Du wüsste gar nicht, dass der Perisic... Koch wüsste gar nicht, dass du auf dich selber flassen kannst. Ja, ne, der hat den gewechselt. Schmilzer. Ich hab auch noch ein bisschen Angst, dass wir das Spiel außer Hand geben. Wartet mal, wenn ich gleich mit Bayern entgegen... Scheiß doch! Nein! 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 Ja, jawoll! Ja, der musste sein! Der musste sein! Da geht aber zum Ball! Nice! Jaaaa! Da ist es! Ja! Jaaa! Jaaa! Jaaaa, macht der das so geil! Das ist der Hammer! Zack! Huuuhuu! Ist ja genau gepasst! Nice! Heidi, damit du's den nochmal anguckst! Jawoll! Da kriegt Wolfgang Petry direkt rot! Nooo! Du bist doch ein Fitz, ey! Was ist denn da wie so Grätscheln? In der volle Kanone rein, ey. Der Ball, der lag da einfach nur. Offensichtlich ist er nicht der Wasserschneider, Jay. Ja, das geht da jetzt echt super los. Oh Mann. Oh Mann, ey. Ich gehe jetzt im Strafraum voll. Die Verteidiger will ich selber denken sein. Jawoll! Das ist einfach nur. Alter, Mann, ey. Und wieder. Weißt du, komm, gebt uns doch gleich 7-1, ey. Wie viel steht jetzt? Ich habe ganz vergessen, wie viel Turbischung geschossen hat. Boah, jetzt knick den. Ich hau den jetzt voll weg. Nein! Los! Jetzt gehe ich pissen. Ah, die möchte sich nicht mal von den Zuschauern verabschieden, weil er jetzt pissen geht. Ah, dem ist... Handlaa! Alter, gerade, das letzte, du Omo-Fürst! Oh oh. Den letzten nicht annehmen sollen. Ja! Ja, der ist eine Schwungskritte, ey! Hardy! Die letzte Wirkung ist gut. Nice, ey. Die haben nicht gedrückt. Die Wurzeln kippt ihr natürlich direkt, ey. Das ist die Antwort darauf, ey. Das ist genau... Ja, da muss man ganz anders an dieser Pürs und... Ja! Nein! Nein! Das 2 zu 1! Und wieder Zuckerpass, Hardy. Oh Mann, ey. Hammer nice, ey. Tricks, ey! Ja, ich wollte gerade ab... Ja, ja, ja. Ich wollte gerade abtricks. Ja, genau! Ja! Ja! Oh, Hardy! Alter, das war so gut! Alter, war das ein Monster-Boss, ey! Alter, war das geil! Wer hat sich denn da dann abseits aufgehoben? Guck dir das denn! Oh, Hardy, ey! Oh! Wer ist die 4? Jawoll, Flank! Arsch! Ja! Ja, genau! Was war denn das für eine Flanke, ey? Das war die beste Flanke von allem! Oh Mann, also... Oh mein Gott, da darf ich mich gar nicht drüber freuen! Ich schäme mich! Das ist überhaupt nicht möglich, wie der Ball so geflogen ist! Ja, ich hab die Special-T... Pukki! 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 Wenn ich jetzt rutsche, läuft der einfach dran vorbei! Pukki! Pukki! Jaaaa! 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 Der Pukki! Du kannst den nicht wegrutschen, dann läuft der am Ball vorbei, weil er langsamer ist! Ja, der macht in der 90. Minute noch was für Tor, dann ist das so... Pukki! Pukki! Schwule, du Arsch-Finger-Scheiße! Die zwei Dortmund-Fans sich für Schalke freuen, das echt! War der im Abseits? Nee! Tor! Jaaaa! Alter! Alter! Der Özil! Das ist so ein Graupe, ey! Was soll der sch... Wieso hält der den denn nicht fest? Weil der Verteidiger, der daneben stand, der war ein bisschen scheiße. Der deutsche Mann ausm Abendland! Das ist... Das ist... Das ist Cristiano Ronaldo. Das ist immer minus. Boah! Das stimmt, der ist nicht Nummer 2, der kann das nicht. Ein wunderschönes Zuspiel! Der ist so nur der Satz! Au! Was machst du da eigentlich? Aber geil! Was macht der Neuer denn? Der macht doch um... Ah! Nix, ey! Alter! Boah! Jetzt! Jawoll! Mesut! Und wir gehen wieder zu Manuel! Und... Das sieht man bei mir nicht! Bei mir sieht man nur den Schlüssel, wie er gerade flachgelegt wird von den beiden anderen unten! So langsam muss es bei ihr! Wir fischen einfach nur! Ja toll! Drei gegen zwei! Es ist der Hammer! Vier gegen... Ach! Das ist doch ne Trauervorstellung, ey! Ach! Bayern geht so unter! Wuuu! Hahaha! Ich glaube ich muss meinen Tipp nochmal machen! Ach! Zwei wunderschöne Tore von Özil und zwei von Cristiano Ronaldo! Ja, was ein schöner Pass! Unten! Oder oben! Ja! Alter! Was ist denn da? Alter! Lewandowski ist einfach ein Gott! Zack! Das ist der erste Dortmunder seit, äh, 20 Jahren! Oh! Wieder so'n Ding! Ja! Das dritte Tor von Lewandowski! Was ist der schwarz geklemmte Typ da ein Tor überhaupt, ey! Steht da da... Was ist denn einfach nur schmückendes Beiwerk oder was? Oh Gott! Muss ja langsam! Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Es war klar! Ey was hat das denn das noch für Billigtoren, ey! Wie frech? Auf jeden Fall! Moment, ihr beschwert euch. Ja, das ist die Entscheidung. Scheiße, aus dem Stand, ey. Was ist denn der Valdes zu einer Ficknudel, ey? Eine Ficknudel. So, jetzt komm. Jetzt machst du es. Ja, da ist es. Ein Tore-Tore ist es geboren. Nice. Oh, wunderschön. Der Tore-Drogba kann auch flanken, ey. Ich bin abidal, ich geh da nicht hin. Mir ist da... Warum? Warte, den fäll ich. Ne, den werd ich nicht machen, der will absch... Warum nicht? Der will absch... Ah ja. Nein, der steht im Absatz. Doch, jetzt ist es... Ja, boah, war das geil. Alter, war das ein geiler Spielzug, oder war der geil? Aber ohne Witz, da hab ich gedacht, der steht im Absatz. Das habe ich allerdings auch gedacht. Alter, weißt du, der... Jetzt ist er ganz frei. Wieso bleibt denn der einfach stehen, ey? Wuuuuh. Genau so sieht es aus. Mann, das ist doch so scheiße, man. Der da oben steht frei. Nice. Jawoll. Genau. Da hab ich mir schon wieder die eigene Blanke vorgegeben. Ich hasse sowas. Hast du den nicht gekriegt, dass den laden... Man, mit drei Leuten hier, genau. Und... Den Hildebrand kannst du schon einen Kamin schmeißen, ey. Der kann überhaupt nicht... Der bringt nicht mal Wärme, der soll sich mal die Haare frisieren, damit er mal was sieht, ey. Düsseldorf. 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 Bitte. Jawoll. Da ist es. Kackabverspieler. Sehr schön, Hadi. Oh, ja. Hat Warne Sahnepasstor. Dann haben die Dinge doppelt und dann haben wir aus dem Kopfball gekriegt. Ja, weg. Aber irgendwie kriegen die den Ball nicht weg. Oh mein Gott. Nein. Was war das? Ja. Alter, wie fail war das von mir? Bitte. Ich hab den Beifel verbandelt. Komm, dann darf's. Nein. Sehr. Nein. 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 Ja. 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 Oh mein Gott. Ja, ist es. Die Nummer 18. Ich darf nicht mit dem nach außen laufen. Der muss ja in der Mitte. So. Ja, so kann es weiter. Ja. Wie ist es? Thomas Müller. 1.0. Jawoll. Die Haare, weil wir ne Flanke rausgehauen, ey. Sahne-mäßig. Da kommt er wieder am Ball vorbei. Nice. LOL. Ich hab den abgefälscht. Lass mal gar. Ich hab den abgefälscht. Wuhuuu. Wuhuuu. Wuhu. 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 Richtig geil, ey. Geil, Heidi, geht weiter, geht weiter. JAAAHH! BAAAAAM! Da ist es! Wunder schön. Wunderbar. Wunderbar. Oh Mann! Oh Mann. Alters kann es sein. So, jetzt aber. Heidi mach ne göttliche Ecke. JAAAH! Da ist es! Und dann noch der Wortschuhl! Ich bin der Holge! Boah! Entschuldigung, wir müssen jetzt alles hinten reinstellen. Mauertaktik, Junge. Naja. Gut, Leute, das war's mit der Oracle-Season Nummer 2-1 und ja, EM-Orakel Nummer 2-1. Naja, EM-Orakel werden wir dann zur gegebenen Zeit an euch präsentieren und ja, noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Finale. Tschüss. Ja! Miau, 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 miau.